hallo und herzlich willkommen bei enger der let'splayer so der nächste bug wie versprochen diesmal zeige ich euch meinen ganz verrückten bug und zwar habe ich gerade die lobby gewechselt und mein charakter hier wie ihr seht steht er nicht auf den füßen sondern guckt mit der schulter und mit dem kopf direkt raus ich finde es einfach nur wieder lustig wie sowas passieren kann ok weiter kann ich jetzt nicht laufen naja auf jeden fall steht hier meine oppressor die werde ich jetzt gleich brauchen und ja ich würde mal sagen es sieht immer noch ziemlich witzig aus wie mein charakter direkt auf die straße läuft es kommt echt nur noch der halbe kopf raus das ist einfach nur witzig anzusehen wieder und ja aber ich möchte zum bürgersteig gehen dass man auch wieder meinen charakter sieht oh das ist wieder ein total verrückter bug den ich euch zeigen wollte dieses spiel ist einfach nur lustig in dem punkt aber nun steige ich das auto ein und wollte mich ins auto rein eigentlich dann da nicht auf meiner oppressor streng jo und damit bedanke ich mich wieder bei euch wieder fürs zugucken und bis zum nächsten bug bis dann ciao